Der traurige Hintergrund zu ihrer Krebs-Offenbarung Nach langem Fernbleiben der Öffentlichkeit wegen einer OP, offenbarte Prinzessin Kate nun, dass sie Krebs hat. Im Januar verkündete der Kensington-Palast, dass Prinzessin Kate sich einer geplanten Bauchoperation unterzog und diese erfolgreich gewesen seien, um sich nach der OP zu erholen. Erklärt das Königshaus, dass es unwahrscheinlich, sei, dass sie vor Ostern in den öffentlichen Dienst zurückkehren kann. Soweit alles gesagt, doch schon vor Ostern meldete sich Kate mit einem Update zu ihrem Gesundheitszustand. Der Druck von außen war für Kate zu groß. Prinzessin Kate fühlte sich scheinbar gezwungen eine Erklärung abzugeben, denn sie war wochenlang ein Mysterium in den Medien. Die Spekulationen und Verschwörungstheorien rund um ihre OP, ihren Aufenthaltsort, sowie ihrem Gesundheitszustand nahmen ein krasses Ausmaß an. Auch auf Social Media machten Promis und Privatpersonen Witze darüber. In den TikTok-Kommentarspalten wurde sogar darüber gescherzt, dass sich Kate insgeheim einer BBL-OP, Brasilien-Boot-Lift, unterzogen haben soll. Die Luft wurde durch Kate's Photoshop-Fehl auch nicht gerade aus den Segeln der Situation genommen. So wie der Aufschrei, dass sich mindestens drei Mitarbeitende der Klinik, in der Catherine behandelt wurde, Zugriff zu ihrer Krankenakte verschaffen wollte. Reaktionen zu Kate's Statement In ihrer Videobotschaft sagte Kate, dass sie die Situation erstmal ihren Kindern entklären musste, bevor sie sich nun an die Öffentlichkeit wendet. Eine Freundin der Prinzessin von Wales soll der Times gesagt haben, Ich habe das Gefühl, dass die ganze Welt über sie getratscht hat und es da draußen extrem viel Blödsinn über sie und ihre Familie gibt. Sie war so verzweifelt, dass sie es tun musste. Eine andere Vertraute von Kate soll erklärt haben, sie möchte auch in der Lage sein, eine möglichst aktive und normale Routine fortzusetzen. Jetzt sollten zwar die Spekulationen und Gerüchte über Kate aufgeklärt sein, wann sie jedoch in die Öffentlichkeit zurückkehren wird, bleibt unklar. Sie bat in ihrer Videonachricht zunächst um Zeit, Abstand und Privatsphäre. STUMA CO störes CO CO